Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. Wir haben ein neues Mini-Update, ein Background-Update in GTA Online erhalten und das werden wir uns heute in diesem Video einmal anschauen. In diesem Video findest du auch alle Informationen, die du darüber wissen musst. Bleib also unbedingt dran und lass natürlich auch super gerne ein Like auf diesem Video da. Würde mich mega freuen und falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt auch ganz kostenlos meinen Kanal und mach einmal die Glocke an, dann verpasst du keine Videos mehr. Und du hilfst mir auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Jetzt werden aber erstmal wieder ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben. Ein Gruß geht raus an Crats, dann geht ein Gruß raus an Rosse Muruto, ein Gruß geht raus an Capital Echzo und dann geht ein Gruß raus an Escobarin Esmen. Wenn du auch mal in einer meiner Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann lass diesem Video auf jeden Fall ein Like da und schreib einen Kommentar mit Hashtag Gruß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in das heutige Video. Let's go! Wir fangen erstmal mit einer schlechten Nachricht für alle Glitcher an, denn es wurden einige Glitches von Ruxa Games gepatcht. Darunter Duplication Glitches, Godmode Glitches und auch Off-the-Radar Glitches. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welche Glitches genau gepatcht wurden. Es steht eben nur geschrieben, dass die Godmode und Off-the-Radar Glitches von der Agentur genauso wie der Duplication Glitch von der Arena Garage gepatcht wurden. Auf jeden Fall eine kleine Information an euch. Es gibt dabei natürlich auch sehr gute Nachrichten. Und zwar wurde der Comet S2 jetzt als Preisfahrzeug auf der Preisfahrzeugsliste gelistet. Und der wird sehr wahrscheinlich dann irgendwann für uns gratis erscheinen. Genau zu diesem Background-Update gibt es dann noch eine relativ schlechte Nachricht, egal wie man es nehmen möchte, denn es gibt jetzt keine neuen Gratis-Casino-Autos auf der Liste, so wie auch bei den Preisfahrzeugen. Ist das alles fertig? Also die Listen sind fertig. Alle Fahrzeuge, die auf der Liste standen, sind jetzt eben im Spiel erschienen. Und das heißt, dass wir erstmal gerade keine neuen Fahrzeuge auf der Liste haben. Aber was bedeutet das? Ja, entweder wird Ruxa Games jetzt, bevor die Eventwoche startet, die Liste updaten, also neue Fahrzeuge draufpacken. Oder die Liste wird nach der Eventwoche irgendwann geupdatet und es kommen eben alte Fahrzeuge von der Liste wieder ins Casino oder als Preisfahrzeug. Es könnte aber auch sein, dass der Comet S2 jetzt schon mit der neuen Eventwoche als Preisfahrzeug kommt. Das ist aber Spekulation. Es könnte möglich sein, muss aber nicht. Sonst war es das auch schon. Vornehmende Informationen vom Background-Update. Ein kleines Update, womit wieder Glitches gepatcht wurden. Und ja, es gibt auf jeden Fall die ein oder andere gute Nachricht für uns alle. Ich denke, wir können auf Donnerstag-Eventwoche gespannt sein. Sollte auf der Casino-Liste noch etwas dazukommen, dann werde ich dazu auf jeden Fall ein Video für euch machen, um euch dahingehend auf jeden Fall zu informieren. Aber das sollte es jetzt auf jeden Fall schon mal erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert ganz kostenlos meinen Kanal und macht die Glocke an. Jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute.